Für die neue Multiplayer-Karte, die wir jetzt bei mir auf dem Kanal zocken, Rostock, 4-fach-Map, bin ich oder ist mein Vorgehen quasi als Lohner unterwegs zu sein. Das heißt, ihr drückt mir quasi dann Arbeit auf, die wo noch zu dem entsprechenden Zeitpunkt getätigt werden. Um einfach so ein bisschen die Karte kennenzulernen, ist es für mich ein schöner Start. Und ja, wie gesagt, das ist so, da kann jeder mitmachen. Wir haben jetzt nur das Standardspiel drauf. Die Bots sind natürlich auch jetzt verlinkt, werde ich auch in der Videobeschreibung mit hinzufügen. Und das mal quasi dann ab Dienstag, wie gesagt, da haben wir ja gesagt, streamen wir die Community, aber nicht ab 10.30 Uhr, weil wie gesagt, ich bin jetzt am Arbeiten. Das heißt, ich versuche um 8 Uhr live zu gehen, mal zocken dann gemütlich bis 14 Uhr. Also das ist so momentan der große Schnitt. Was ich da zumindest sagen kann. So.